Lass mich in Ruhe. Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact Zoo. Ich mache jetzt glaube ich jetzt öffne eine Tour um die Zwalin Tränen zu erhalten. Gucken wie ich da am besten hinkomme. Da sollte ich hochkommen. So, scheint das schon zu sein. Das ist nämlich die aktuelle Hauptperson müsste das sein. Habe ich zumindest so ausgewählt gehabt. Ich habe keine Ahnung was er gerade gemacht hat. Ich habe einfach nur irgendwas gemacht. Oh, guck mal an. Sie ist Feuer, ne? Jetzt sind die Gegner eigentlich. Da sind die Gegner. Die mache ich wahrscheinlich erst einmal. Auf gehts. Let's. Halbes Spiel. Okay. Gibt es halt. So. Jetzt kann ich da ganz kürzlich hoch und dann gucke ich mal, was das für ein Tool sein soll. Warum hexte ich das Spiel jetzt nur noch weiter mit auf? Was ist das denn ein Push-Hit? Das muss das Spiel selber sein, weil ich habe nichts. Ramm-Speicher 38% Auslastung, CPU 18% Auslastung und die GPU ist bei, ja der VRAM ist bei 25 und der Kern bei 37. Ich habe keine Ahnung was da los ist. Das muss das Spiel irgendwie sein. Wie weit ist das nach da? 1400 Knechter. Ne, ne, nicht so. Nein, nein. Kann ich da irgendwie hin porten? Ja, hier kann ich da hinfahren, oder? Geht das? Nein? Ähm, ich kann dann nicht mal hinfahren, wie ich gerade. Kann ich eigentlich markieren? eigentlich was sie antworten das ist ein spiel los alter aber wenn man ja erblichen doch ich kann ihn warum hekt sich das spiel zwischendurch so auf selbst ansetzen auf jeden fall nein guten morgen würde das war ein schönes hallo ich komme Neh. Es ist schwer zu glauben, dass es so etwas möglich ist, bis du siehst mit deinen eigenen Augen gesehen hast. Interessant. Es ist wie ein Filtring-Mind. Der Prozess ist... Refreschend. Ich denke, wir sollten jetzt genug Tears haben. Also, nächste Woche... Use die Crystals auf der Holy Lyre, wie das letzte Mal. Das ist sehr großartig. Es muss sich entfernen von der Stadt, sonst werden wir, wenn wir uns nicht verlieren. Vielleicht hier in der Winery? Wenn die Winery verletzt wurde, ist das nicht etwas, was ich letztendlich konnte. Aber ich würde immer noch nicht überraschen. Die Wind, die auf dem Meer oder in hohen Plänen, sollte man den Barsen zu tragen. Es wird niemals funktionieren, wenn die Luft nicht zu spüren oder zu spüren. Hmm, eine Klippe? Wenn du nach links von Starfell Lake gehst, gibt es die Barsen nach der Barsche. Oh, du sagst die Barsche, die wir an waren, als du bei Paimon über deine Freundin erzählst? Wenn du gehst, wo die Barsche der Barsche rauskommt, ist das Barsche der Barsche. Was denkst du, Barsche? Was denkst du, Barsche? Das sind die Anforderungen, nicht wahr? Lass mich denken. Star Snatch Cliff. Okay, wir machen es da. Sehr gut. Dann werden wir die Star Snatch Cliff, wenn wir bereit sind. Bitte, nicht zu spüren. Ja, Frau! Okay. Ähm, wie weit ist denn das jetzt? Das wird nicht sein. Da ist es ganz. Okay. Ich wollte hier hin. Und nehme mal diesen einen, wo noch das Schloss vor war, mich mal ein. Und zwar, das ist... Ich kann da keine Markierung ersetzen, das ist wirklich ein bisschen schade. Warum... Warum kann ich hier keine scheiß Markierung ersetzen? Ich hoffe, ich finde das auch so. Das müsste aber an sich da oben sein, irgendwo. Ja... Hahaha alter ernsthaft hallo das ist doch nicht mal normal was ist da los alter ja wegen dem scheiß hab ich das wahrscheinlich nicht geschafft ich müsste das so schaffen ganz easy ich muss nach der folge mal gucken was ich da mache leider schon wieder nach einer folge direkt rausgehen dass das spiel das ist behindert ich schaffe das nicht warum kommt da nicht mehr auf das heißt es auch mal geschafft jetzt wieder auf ja scheiß auf geht aber den weg ist das ist ein behindertes spiel geworden also das hatte ich vorher nicht kommt ein neues update 1.1 und schon nur noch probleme alter meine spiel mit 60 fps eigentlich die ganze zeit das habe ich nur gegner hier mann verbisse ich mich nicht erwünscht waschloch da muss eine ruhe Ich bin nicht mit. So. Wo ist denn der Weg? Boah, ich hasse das Spiel langsam, ne? Wenn es nicht aufhört, also wenn ich das gefixt kriege, ist das Spiel vorbei, ne? Da habe ich keinen Bock drauf auf so ein Mist. Wieder so, ich muss ja vornehmen. Muss warten. So. Oh jonge, oh jonge, oh jonge. Ey, ne noch mit. Danke. Ein wunderschöner Strand in der Ferne. Das ist super cool. Irgendwas ist da noch. Ist das da oben drauf? Ne. Wo ist denn das? Hier ist das. Kann man hier nochmal wachen? Da, die, da, dumm. Da, die, da, dumm. Jetzt habe ich doch schon freigeschaltet. Ich hätte, glaube ich, hier importen können, ne? Aber jetzt ist das oben, oder was? Willst du mir färben? Da oben kommt man doch gar nicht rauf. War doch da hinten vielleicht. Ist das so weit da oben, oder ist das irgendwie eine kleine Höhle in der Wand drin? Was ist da oben drauf? Ich muss einmal. Ich muss einmal außen rum. Nee, das ist mittig drauf. Ah, ne, die Störung ist auch geändert. Was kommt da oben drauf? Was kommt da oben drauf? Was kommt da oben drauf? Oh hey. Im Kampf. Ja. 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 Da ist der oben drauf. Jetzt da freundlich, dass der nicht herauf kann. alter ja danke spiel was mit dem tschüss hier war ich doch schon mal diese dicke gegner gewesen das will ich nicht noch mal haben es ist auch ein bisschen gegeben um hineinzukommen riesige hallo reisende hallo jetzt hat mir das gequatscht das spiel so schnell wie möglich durch haben weil es eigentlich nur kratzer ist irgendwie mit den ganzen legs ich bin der meinung ich hatte das vorher nicht das liegt doch nicht daran dass ich den controller benutze oder sorry für diese folge ich werde es nach der folge wenn ich mal gucken was das ist zum brüchert wenn ich das nicht gefix kriege ist das auch die letzte folge oder die vorletzte dann haben sie wirklich schön den neuen update schön in sand gesetzt weil mein pc liegt das nicht der ist nicht mehr auf 50 prozent überlastet ich bin irgendwo nicht mal auf der nicht mal auf dem Rappenspeicher so so everyone is finally here ja wenn du sagst so 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 okay so 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 Aber es muss nicht repariert werden. Leider glaube ich, dass es außer Verbrauch ist. Du bist richtig. Wenn wir nicht die Schmerzen an der Grundlage kämpfen, dann können wir nicht die Schmerzen schützen. In welchem Fall werde ich auf Outrider Amber aufrufen, um es zu schützen. Keine Chance. Warum ist das? Ich habe einen nicht lange Zeit, in einem der Vorwinds Tempel. Was? Wenn? Wenn du diese Schmerzen anstattest, dann will ich für meine Kontakte. Ich habe andere Möglichkeiten für den Job gemacht. Oh, Diluc. Though er nicht mag die Knights of Favonius, er schützt Monstat in seine eigene Weise. Oh, warum klingt unser kleiner Paimon so schützend? Hm. Warte auf meine Worte. Ich werde sicher, dass die Abyss-Order wissen, dass der blatante Dissregard von Monstat... ...weil nicht unabhängig werden. Das wird uns rechnen. Wer ist du? Your Highness, your humble servant returns. When your homeland returns to this world, we shall rebel in its glory. Moment mal, ist das nicht so... die Schwester? Abenteuerstufe 18. Oh nein. Späre... Sphäre der Kriegskunstvertrag... Nehmen die Herausforderungen. Oh man. Vielleicht wäre er die Ruhmenschaft. was hätte ich denn noch das buch das war nicht das buch so das ist schon endgame containers und charakter war ist das so behindert gemacht das ist ein neues kill eigentlich wenn sie gegner und objekte innerhalb eines radios von fünf meter bei anwendung von windschwert langsam vor die figur hallo ich gehe auf das spiel miserabel was ist das ich nehme sie hier raus wie mache ich die gruppe jetzt kann ich auf die gruppe gehen da ist die truppe hat sich aufgaben er dieses spiel da ist still a long road ahead ja 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 ich dachte ich hätte etwas neues gelernt aber irgendwie sehe ich da nichts da okay aber wie riss ich denn das geld aus windschwert das ist auch das gelernt habe oder doch das hier das ist doch das ist das rote gehe ich noch mal hin und wenn ich die folge und dann gucke ich mal nach was da los ist herausforderung okay vielleicht machen wir müssen wir so jetzt ein bisschen level ich muss mich auf abfallstufe 18 kommen ich versuche jetzt hier diese lex noch zu fixen wenn ich das nicht hinkriege wird das wohl die letzte folge sein muss dann leider abweichen weil ich habe nicht keinen bock brauche das verdirbt mir ein bisschen den spielspaß muss ich ehrlich sagen wenn es nicht so ist dann nehmen wir es in der nächsten folge machen dann diese schöne herausforderung also bis dann und show you